Hier noch einmal rüber, komm Schatz, komm, das ist wirklich ein schöner Bub, komm, komm, wie er schon Respekt, Abstand hält von dieser kleinen Mistkröte hier, hat sie dir Angst gemacht, hat sie dir mal Bescheid gegeben, Mädchen sind so, Mädchen sind so und er respektiert es und ist überhaupt nicht lästig, er geht gar nicht einmal hin, er hat kapiert, dass sie ein bisschen, das nicht möchte, sagen wir mal so, gell, nochmal hier dieser wunderschöne Hund, so einen besonderen haben wir noch nie gehabt, komm her, einen amerikanischen Akita, hier gibt es hier nicht sehr viele, ganz schön, so ein feiner, lass dich mal anschauen, hey, so gut bist du, gell, so ein richtig feiner, sehr souveräner, ruhiger Hund, der wirklich in sich ruht, gell, und natürlich zu kennen seiner Rasse muss, das ist ganz klar, Hübscher, heiß ist ihm, nicht für unsere Breiten gerade gemacht.